GASP Ich hab mein ganzes Leben von Grund auf ver- Soos Jeremy Fragrance is BACK guys Ich bin geil Leute, ich kriech in den Arsch Ab gehts alter Multimillionär mittlerweile Und ich bin trotzdem ein Spast Das ist geil Ich bin Arsch-Sklave Weil weißt du was? Saas? 800 Koks, das kriegen die meisten Leute nicht hin. Der Goldstein war am Start. Dann hatten wir irgend so'n Hartz-IV-Typen, so nach dem Motto Ich bin so frei, dass ich mich ein Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes sieheil. Soos, was kann ich euch noch sagen? Das Gegenteil von Angst ist nicht Angst, sondern ein Level 8 Dragon-Gott. Und das ist auch eine der Theorien des Super-Schnenschen von Carl Jung. Der sagte auch sowas wie, Sie müssen Leute schlagen. Jeremy Fragrance is back. Millionen, Nenen, Nenen Euro für einen TikTok-Post. Ich brauch kein LOL, kein SS, kein R. Ich brauch Koch in der Hand. Kauft alle meine Düfte. Ich liebe euch, bis dann. Tschüss. Süss. Dachtest du? Übrigens krieg ich jetzt auch noch den fetten Mega-Ko-K. Das ist geil.